Das Tor zu den XXXL-Eröffnungsangeboten öffnet sich. Ganz Österreich im Freudentaumel. Der 55. XXXLutz eröffnet. Vertreter aller Mitbewohner Österreichs sind eingetroffen, um die XXXL-Auswahl würdig zu feiern. Es unterzeichnen Vertreter der Jugend, der Senioren, aber auch hochrangige Vertreter der Frauen und des kleinen Mannes auf dem Sofa. Voller Freude wird nun stolz vom Balkon verkündet. Und Österreich ist möbliert. Also ich finde es super.